hey leute herzlich willkommen zum ganzen video heute spielen wir eine runde final simulator 2015 das ganze mit facecam werde ich heute das machen es wird im video wahrscheinlich komisch aussehen aber dafür kann ich nichts aber die facecam muss ich noch ein kleines so so eigentlich müsste das video einmal da sein wartet einmal da hallo und einmal da so ihr habt gerade eine kleine aufnahme gesehen dass da mein handy ist mit dem ständer heute spielen wir eine runde fahrungsimulator 2015 machen wir wieder den kleinen baum trick um geld zu verdienen halt so ich habe lange 2015 fs 15 lange nicht mehr gespielt ich glaube zwei monate oder so nicht mehr erst mal wieder ein bisschen rein kommen hier und da so wenn es laden würde drei jahre später wahrscheinlich kennt ihr es auch noch die alten guten fs 15 zeiten wo es auch schon echt realistisch war und meine haare so scheiße aussehen aber dafür kann ich nichts und leute ich werde auch noch mal ein video machen in drei zwei tagen oder so in vier tagen oder fünf tagen wenn ich noch mal ein video machen wo ich das wo ich das gab die ganze playstation 3 aufschraube und mal säubere weil dies echt fucking die laut und ja ich werde mal den ton vom fernseh ausmachen so jetzt werden wir das ganze mal wieder holz fällen ich weiß aber bloß noch nicht wie wir das ganze machen das wird ein ganz entspanntes 15 minuten video denke ich hoffe ich mal wenn ich es perfekt abteilen leute ich weiß ja wahrscheinlich komme ich denn überhaupt noch raus mit meiner auto er sagt traktor ja komme ich noch so und ihr seht doch schon ich habe 345.000 oh ich kann nicht mehr lenken obwohl ich schnell ins wasser mit dir geh baden super ich mag diese traktoren nicht sie einfach ins wasser fahren als ob sie gefühlt keine bremse haben so jetzt ist mal fahrzeuggerät zurücksetzen ja warum habe ich merklich so einen teuren geholt der einfach mal 258 kostet why ich hätte noch einen günstigen geholt aber der hatte dafür nicht die leistung wisst ihr leute was meine ich glaube schon wie ging das mal so so denn fahren wir einmal zur sägerei aber dafür fahren wir zum shop dann kaufen wir uns einen ähm ähm mir fällt es gerade nicht ein wie heißt denn der ähm ach einen von new holland ein traktor genau äh boi 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 ach den kann ich ja gleich verkaufen äh ja möchte ich verkaufen hey welche autos sind in sonderangebote kein schade weil wenn ein auto im sonderangebot wäre hätte ich auch nochmal gleich den trick gemacht wenn ein auto bis zu 30 prozent oder 15 weiß ich nicht wie viel ähm runter also hat also sonderangebot hat dann kann er richtig wert sein denn ich werde mir den welcher war das ich guck mal kurz für frontanlader ähm für den new holland t6 t6 für den der hat 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 der hat weniger auf jeden fall weniger also kaufe ich den new holland t6 ähm so den auf jeden dann eine eine schaufel noch mit und dann noch einen schönen guten anhänger mit 21.000 litern und leute ihr seht schon wir sind bei 460.000 und das geld geht schon ganz schön schnell weg vor allem von den 200.000 ankoppeln so das noch ankoppeln wow was ist das für ein glitch leute ich liebe diese bugs in vor ähm fs 15 ich liebe es leute ich bin kurz auf k ich mache mal das licht an weil ich glaube ihr seht mich nämlich kaum eine sekunde bitte ich glaube jetzt müsste es besser sein so wir werden einmal zurückfahren an wow schon wieder diese verpackte schaufel ey bitte ankoppeln danke so jetzt fahren wir einmal zurück zum haus von uns ich glaube mein zweiter muss wieder arbeiten na moin so schnell dorthin wir fahren jetzt ein bisschen unrettlich aber das macht nichts denke ich mal so wir sind bei sieben minuten ok oder knapp acht minuten jetzt ich hoffe das geht bisher obwohl wir kaum was gemacht haben mal gucken wie ich das mache mit den ganzen editieren also editor weil für pc habe ich noch keinen richtigen schneideprogramm außer halt filmlora oder noch irgendwas anderes was es war so was ist jetzt hackschnitzel ich glaube jetzt weiß ich was wieder hackschnitzel war abkoppeln ich glaube das war hackschnitzel hackschnitzel ich mag hackschnitzel und du genau ja das ist hackschnitzel hackschnitzel so erstmal das nach oben hui das da rein machen sieht einfach so unrealistisch aus was ich hier das ganze mache wirklich leute ich spiele manchmal wirklich in fs 15 so unrealistisch dass keiner aus mir glaubt dass ich unrealistisch spiele so dann fehlt noch ein bisschen so außerdem lasst ein like und ein abo oder vergesst nicht die glocke zu aktivieren sonst verpasst ihr keine anderen videos mehr ja und leute danke für die 60 abos das ist für mich relativ schon mal gut für knapp zwei jahre youtube und ja oh nein das wollte ich nicht war toll so und leute wisst ihr noch wo ich wahrscheinlich live streams gemacht habe von gta 5 oder minecraft ich glaube sogar ein video wurde einfach generell von youtube gesperrt einfach so ich habe da ganz normales minecraft let's play gemacht wo ich ein tutorial hochgeladen habe wo ein redstone also nicht eine redstone clock nämlich eine redstone tür die automatisch auf und zu geht wenn ihr da vorbei geht oder durchgehen wollt und ja dieses video wurde dann einfach so durch copyright oder so ich kann ja nochmal nachher nachgucken und kann zum nächsten video sagen was es war so 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 oh das ist aber ein schönes entspanntes video leute und leute schreibt mal in die kommentare ob bei euch auch schnee ist wenn ja dann ist es übelst cool und seid ihr auch von den einer von den schneegangs schneegangs was fällt mir endlich immer ein so die letzte schaufel denke ich mal so so leute zack ja nein das ist nicht die letzte schaufel ach komm das ist unfair bitte ausladen so so letzte schaufel ah was mach ich denn war das alles jo das war's so 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 die frage ist wieviel habe ich jetzt mit dem anhänger ähm ich kann mal gucken wieviel es bringt uff ähm für hackschnitzel pro no what für nix 2000 show no what ich sag mal noch mal unrealistisch aber naja koppeln wir das ganze wieder an oh what oh danke so angekoppelt und jetzt fahren wir zum zum sägerei oder nee zum biomasse heizwerk da laden wir das ganze aus den jungen warum fahr ich eigentlich offroad den traktor den traktor vor allem den traktor ne den traktor ist dafür eigentlich gar nicht gedacht so hart offroad wie ein geländewagen zu fahren so leute ich werde auf dem handy oder tablet keine ahnung was keine videos mehr richtig bringen jo wahrscheinlich aus dem grund weil das aufnahmeprogramm mobizen will dass ich irgendwas mit booster holen muss und das ist halt extrem nervig vor allem muss ich bei mobizen anmelden irgendwelche mobizen sachen noch holen also installieren und das ist halt das ganze nervige so jetzt verkauf ich es alle bekommen echt schon gut geld und wir haben 33.000 gemacht leute wow das ist sehr sehr gut haha wow wo kann man da ähm wo kann man ähm kartoffeln oder so verkaufen ich weiß es nicht i don't know but what is it bisschen weiter nach vorne fahren verkaufen so mit dem gameplay das 15 minuten gameplay wo wir eigentlich gar nichts gemacht haben würde ich aber auch damals erstmal sagen das war's mit diesem gameplay ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten mal dann wir sehen uns der 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 der